freunde ein neues video ich zeige dir in diesem video einen ausschnitt vom handelsblatt die gehen hier über die tech branche werden wir wenig diskutieren die sagen jetzt ist der optimale zeitpunkt zum investieren in die branche weil die natürlich stark gefallen sind das wollen wir in diesem video ein wenig unter die lupe nehmen das ist aktuell vom vierzehnten sechsten warum die tech branche jetzt für anleger wieder attraktiv ist die technischen technologie aktien haben ein drittel ihres wertes verloren teilweise nicht alle apple hat ein drittel verloren andere branchen eventuell wie nvidia auch schon 50 prozent wenn ich die paypal aktie mehr anschaue ich weiß nicht ob das zu einer technologie aktie gehört oder nicht die hat ja 75 prozent verloren so wir schauen uns jetzt aber jetzt mal die vier an amazon facebook apple google was hat es jetzt damit aufsicht und damit wir hier nicht zu im dunkeln tappen und nur einfach wild herum spekulieren habe ich hier die charts vorbereitet ich fange jetzt gleich mal an mit meter heißt jetzt meter nicht mehr facebook das weißt du aber bestimmt und was haben wir hier die letzte kerze das sind tages kerzen die letzte kerze war am 14 6 also gestern heute läuft ja der handel noch bzw der startet ja erst deshalb haben wir für heute noch keine kerze denn in die zukunft schon kann ich noch nicht so was hier ging es jetzt mal hier haben wir so eine stagnation könnte man sagen hier in diesem oberen bereich ich nehme jetzt mal den gain ruler und dann schauen wir uns doch mal an wie viel das tatsächlich verloren hat da nehme ich mal diese kerze hier oben und gebe bis zum gestrigen tag runter ja 53 prozent kommt hin also nicht nur ein drittel sondern 50 prozent verloren schon mal als erstes 33 prozent wer gut 50 prozent ist jetzt ansicht sache ob es gut oder schlecht ist die wo jetzt nicht am peak gekauft haben für die ist es natürlich optimal oder gut bei 50 prozent weniger da ist der einzige da fällt einem der einstieg bestimmt leichter als bei 340 euro beziehungsweise dass sie sie alle sind dollar so 163 also das heißt nicht ein drittel sondern halbe 50 prozent verloren das sieht gut aus wenn ich mir das jetzt aber im ganzen anschaue und du weißt ja man soll immer stärke kaufen stärke heißt dass der kurs eine tendenz hat nach oben und wir haben hier jetzt aber keine tendenz nach oben das hatten wir hier wenn wir zurückgehen ich zeichne das mal hier ein hier haben wir eine tendenz nach oben da könnte man sagen okay stärke wir kaufen stärke hier haben wir natürlich den crash 2020 aber die tendenz steigend wenn ich mir jetzt das hier anschaue sehe ich jetzt keine steigenden tendenz sondern eher eine fallende tendenz deshalb haben die wahrscheinlich auch gemeint dass es jetzt gut wäre einzusteigen ganz falsch ist die aussage nach meiner meinung nach nicht die frage ist nur fällt die noch weiter was ist wenn sie noch mal 80 euro 80 dollar fällt oder sagen wir ein prozent noch mal 50 dollar noch mal 50 prozent auf 70 80 dann macht es natürlich auch kein spaß so ich sehe hier keine stärke sehe ich hier einen boden dass sich zum beispiel ein boden gebildet hat hätte ich hier annehmen können jedoch ist es jetzt die letzte 45 tage nochmals kräftig gefallen die aktie man kann man kann mit einer kleinen summe einsteigen und dann mal beobachten weil wir haben ja der zinssatz erhöht die feld will noch mal erhöhen das geld wird jetzt ist jetzt nicht so positiv wenn man nach andere koste leine gehen würde der würde immer sagen ist das geld positiv oder negativ in den menschen der köpfen wir haben eine inflation die feld möchte die zinssätze weiter anheben die deutschen werden es jetzt tun wahrscheinlich im juli da sind natürlich keine rosigen aussichten du weißt wenn die zinssätze sich anheben ist das kein gutes zeichen für die aktien natürlich fällt nicht jede aktie da muss man selektieren hier in diesem fall würde ich den boden abwarten oder auch im teil mit einem kleinen betrag einsteigen und wenn es noch weiter fällt kann man immer wieder nachkaufen um einen besseren kurs zu bekommen so das war die meta gehen wir mal zu google was macht google auch hier erkennen wir die stärke hier hier haben wir stärke da ging es schön nach oben was hatten wir da elfter monat 21 das sind ungefähr ein halbes jahr zurück und wir wissen ja dass 2022 nicht berauschend ist aber auch nicht tragisch ist halt so und hier erkenne ich jetzt natürlich auch keine stärke schauen wir mal wie viel die aktie verloren hat das heißt wir sind ungefähr bei 30 prozent ok hier kommt 10 google hat ungefähr ein drittel verloren ich erkenne hier auch keine bodenbildung auch keine stärke hier kann man leicht einsteigen mit einem kleinen betrag und dann eventuell später nachkaufen oder man wartet noch den sturm ab wie zum beispiel in einem halben jahr oder nach der sieht nach dem zinsentscheid kann man das ganze auch noch ein wenig beobachten wohin geht die reise es ist nie zu spät da einzusteigen ob ich im monat früh einsteigen oder monat später das ist jacke wie hose mit einem kleinen betrag wenn man jetzt alles auf eine karte setzen würde dann spielt das schon eine rolle ich rede immer von einem kleinen betrag mit der option um später nochmal nachkaufen zu können oder auch sich eventuell hedgen wie zum beispiel mit cfds oder weiß was ich mit option es gibt ja so viele möglichkeiten ok was war noch apple haben wir apple hält sich ziemlich stark aber auch hier können wir eine stärke erkennen ja apple ist natürlich ein starkes unternehmen dazu kommen wir nachher nochmal kurz hier geht es schön nach oben die hat auch echt nicht so viel verloren wie jetzt die anderen aktien schauen wir uns mal das ganze an 27,6 also knapp auch ein drittel ich erkenne hier auch keinen boden ja eine tendenz wieder nach oben kann ich jetzt leider hier nicht erkennen hier kann man kann man abwarten bis sich mal ein boden bildet oder auch mit einem kleinen betrag vorsichtig mal einsteigen um später nachkaufen zu können oder sich auch hedgen gegebenenfalls falls es weiter nach unten gehen sollte amazon amazon hier steht ein es das nennt sich split ihr wisst ja 20 zu 1 hatten wir ein split deshalb kostet die jetzt nur noch 100 euro aktuell was kann ich hier erkennen auch eine sehr schöne stärke hat ungefähr hier stagniert 21 ungefähr von halben jahr 23 monate und dann ging es geht sie ein wenig abwärts schauen wir uns mal an wie viel die aktie verloren hat also auch nicht ein drittel sondern fast 50 prozent das ist nicht wenig also wer am peak gekauft hat hat schlechte karten dazu musst du dir mal ein anderes video anschauen wie man am warum man am peak nicht kaufen sollte ok hier ist natürlich die letzten 4 5 tage einiges passiert seit dem split ich erkenne hier keine boden bildung ist natürlich meine persönliche meinung und auch keine stärke ich sehe einen abwärtstrend was können wir jetzt da mit anfangen man kann einsteigen wie gesagt mit einem kleinen betrag könnte man einsteigen und eventuell dann nachkaufen wenn es noch weiter fällt oder sich auch gleich parallel vielleicht auch hätschen es gibt ja mehrere möglichkeiten wie man sich hätschen kann dazu habe ich auch ein video gemacht natürlich wird man noch mit diesen vier aktien geld machen können was habe ich noch kurz vorbereitet was spricht jetzt überhaupt für die aktie kvp heißt kontinuierlicher verbesserungsprozess die zahlen top gehälter wollen vor allem bei den programmierern wollen sie ja halten und natürlich die konkurrenz vorhanden jedoch schläft die tech branche nicht die ganzen oberen punkte was ich gerade angesprochen habe sprechen ja für die unternehmen verpasst nicht das nächste video die inflation welche kaufmöglichkeiten bieten sich da einem